Wir sind bei den wirtschaftlichen Anwendungsgebieten zu linearen Funktionen und gucken uns Erlöse, Kosten und Gewinnen im Polypool an. Ein Münchner Unternehmen stellt T-Shirts aus besonderen Stoffen her. Bei der Produktion eines Shirts fallen Kosten in Höhe von 16,50 Euro an. Die tägliche Kapazitätsgrenze liegt bei 20 Shirts. Ein T-Shirt wird für 55 Euro verkauft. Zudem muss das Unternehmen täglich fix Kosten in Höhe von 650 Euro zahlen. Also wir haben die Situation, das ist ein bestimmter Anbieter, der hat Shirts. Es gibt davon noch zig weitere Anbieter, das heißt also viele Anbieter und viele Nachfrager, die diese Shirts haben wollen. Also ein klassischer Polypoolmarkt. Poly steht für viel. Es gibt noch andere Marktformen, wie zum Beispiel Monopol, wo du nur einen Anbieter hast und viele Nachfrager. Da würden sich aber hier andere Funktionen ergeben und so weiter. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier Polypoolmarkt und das musst du auch immer gedanklich trennen. Und der große Unterschied ist, dass in einem Polypoolmarkt der Preis, der für ein Gut, das man vergleichen kann, wie zum Beispiel ein T-Shirt, dass dieser Preis durch den Marktmechanismus aus Angebot und Nachfrage entsteht. Also ein Gleichgewichtspreis in der Regel. Und bei einem Monopol ist es aber anders. Also da hat der Anbieter ja wirklich Einfluss darauf, wie viel er verkauft. Also wenn du das einzige Medikament gegen Aids hast, dann kannst du sagen, ob das 500 Euro pro Pille kostet oder 5 Euro pro Pille. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man möglichst Monopole vermeidet, weil sie dazu führen, dass die einzelnen Anbieter eben zu viel Macht haben darüber, welche Preise sie eben entsprechend nehmen können für Dinge. Okay, bei einem Polypoolmarkt, wie gesagt, hat der Anbieter keinen Einfluss auf den Preis und so ergibt sich hier dieser Preis von zum Beispiel hier 55 Euro pro Shirt durch den Marktmechanismus. Ich wollte noch kurz ein Wort dazu sagen, was gibt es noch für eine Marktform? Oligopol, vielleicht hast du das schon mal gehört, Oligopol ist, wenn es nicht viele Anbieter gibt, sondern nur so einige, ein paar, wie viel das auch immer ist, 3, 4, 5, 6 und nur wenige Nachfrager. Also es gibt schon ein paar, aber eben jetzt nicht viele im Sinne von Tausenden. Aber es könnten theoretisch Tausende sein, je nachdem. Das ist nicht klar eingegrenzt, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei den T-Shirts, wo man ja zig, hunderttausende Leute hätte, die das kaufen und auch sehr, sehr viele Anbieter. Okay, Annahme, die Produktionsmenge eines Tages kann immer abverkauft werden, bedeutet also, wir haben hier eine Kapazitätsgrenze, die liegt pro Tag bei 20 Shirts. Es können also theoretisch 0 oder 20 oder irgendwas dazwischen an T-Shirts produziert und verkauft werden. Und die Annahme ist, dass die Produktionsmenge sozusagen theoretisch immer abverkauft werden kann, egal für welche ich mich dann letztendlich entscheide. Ob ich mich für 5, 6, 7, 0 oder 20 T-Shirts entscheide, egal. Ich kann sie verkaufen. Das ist hier die Annahme, um es ein bisschen einfacher zu machen. Okay, um jetzt die Funktion zusammenzubauen, das steht ja alles im Text, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Funktionerlöse sind einfach Preis mal Menge, also P mal X, der Preis sind 55 und X nimmt man noch mit dazu und schon ist man fertig. Kostenfunktion setzt sich nochmal zwei Blöcken, Variable Kosten und Fixe Kosten. Die Variablenkosten entstehen hier 16,50 Euro pro Shirt, also 16,5 mal X plus ein fixer Anteil von 650 Euro hier, der hier anfällt pro Tag für zum Beispiel Miete oder Löhne oder was auch immer, die du immer zahlen musst, egal ob du produzierst oder nicht. Das heißt, sie sind nicht von der Produktionsmenge abhängig, anders als die Variablenkosten. Je nachdem, ob du produzierst und dann eben wie viel du produzierst, fällt eben dieser Block hier mal kleiner oder mal größer aus. Und theoretisch, wenn du nicht produzierst, dann hätte man hier X gleich 0 und dann würde dieser Block komplett wegfallen, denn wenn du nicht produzierst, fallen eben auch keine Variablenkosten an. Die Gewinne entstehen, indem man Erlöse minus Kosten rechnet, dabei bitte aufpassen, Kosten hier immer in runde Klammern komplett schreiben, damit du hier keine Vorzeichenfehler kriegst, dann wird noch ein bisschen zusammengefasst und wir haben dann hier unsere Gewinnfunktion, die wir gleich auch im Blau grafisch darstellen. Kosten in Rot und Erlöse in Grün. Ja, ökonomischer Definitionsbereich ist schnell gefunden, also welche X-Werte machen hier Sinn? Zwischen 0 und der Kapazitätsgrenze, also 0 und 20, kann man hier alles machen und das gilt eben für E, K und G. So, das Skalieren jetzt von so einem Koordinatensystem macht manchmal Schwierigkeiten. Die X-Achse geht noch und das ist ja hier auch klar. Die X-Achse skalieren wir zwischen 0 und 20, möglichst großzügig, damit wir hier keine zusammengestauchte Grafik haben, sondern die soll schön über die ganze Breite deines Platzes gehen. Und die Y-Achse macht aber immer Probleme und da würde ich Folgendes empfehlen. Erstmal gucken wir uns die Funktionen an. Sehen, das sind alles lineare Funktionen und weil die Steigung überall positiv ist, kann man sagen, die steigen alle sozusagen positiv an. Die haben also Wachstum. Das heißt, der kleinste Y-Wert, der hier entsteht bei allen drei Funktionen, muss ja bei X gleich 0 liegen. Weil wenn die von links unten nach rechts oben hochlaufen, dann ist bei X gleich 0 der tiefste Y-Wert bei allen drei Funktionen, egal wo auch immer der liegt. Und bei X gleich 20, also auf der anderen Seite des ökonomischen Definitionsbereichs, muss bei jeder Funktion der höchste Y-Wert liegen. Das ist ja schon mal gut zu wissen, denn wenn ich jetzt einfach 0 und 20 als X-Werte mir hier in so eine Wertetabelle schreibe und diesen Wert 0 zum Beispiel in alle drei Funktionen einsetze, kriege ich diese Y-Werte. Und wenn ich 20, also die andere Grenze des ökonomischen Definitionsbereichs, in alle drei Funktionen einsetze, bekomme ich diese Y-Werte. So, und das ist ja schon mal ein super Anhaltspunkt, denn so weiß ich, welche Y-Werte grundsätzlich hier auftauchen. Und so kann ich auch meine Y-Achse skalieren, nämlich immer in diesem Bereich zwischen dem kleinsten Wert, minus 650, und dem größten Wert, 1100. So, jetzt ist hier nicht nach dem ökonomischen Wertebereich gefragt, aber ich übertrage einfach die Wertetabelle direkt mal. Das sind ja hier die Wertebereiche ökonomisch gesehen für alle drei Funktionen. Das heißt also, welche Y-Werte können unter den Umständen, die es hier gibt, nämlich zwischen 0 und 20 bei den X-Werten, welche Y-Werte können hier bei den Funktionen minimal und maximal entstehen. Ja, das haben wir hier schon ausgerechnet, also können wir es hier übertragen. Und hier sind nochmal der kleinste und der größte Wert markiert. So, und jetzt wollen wir zeichnen. Und wir wissen, die X-Achse soll zwischen 0 und 20 skaliert sein und die Y-Achse zwischen dem kleinsten und dem größten Wert hervorkommen. Und damit das am Ende wirklich schön aussieht, siehst du es hier, schön hier über die ganze Länge gezeichnet. Und man sieht schon, dass nur ein ganz kleiner Gewinnbereich entsteht. Warum? Weil eben sehr, sehr hohe Kosten hier anfallen. Das heißt, die Kostenfunktion ist sehr, sehr lange dominant. Erst bei einem X-Wert hier von ca. 17, also knapp vor der 17, hat man überhaupt die Gewinnschwelle. Das heißt also, den X-Wert, die Produktionsmenge, an dem gerade so die Erlöse und die Kosten ausgeglichen sind. Das heißt, der Gewinn gleich 0 ist. Wenn man hier die Produktionsmenge noch leicht erhöht, dann kommt man in die Gewinnzone rein, sowohl hier oben geometrisch gesehen als auch hier unten. Die Bereiche sind identisch. Ja, das kann man hier gut sehen, also ungefähr bei X gleich 17, ein bisschen davor. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier die X-Achse beschriftet, ich habe die Y-Achse beschriftet. Dabei musst du mal gucken, was steht in der Aufgabenstellung. Ist hier von Euro die Rede oder von Geld einhalten? Ist hier von Stücken die Rede oder von Mengen einhalten? Die Kapazitätsgrenze macht immer Sinn, die hier so als gestrichelte Linie einzuzeichnen. Dann weiß ich, da darf ich nicht drüber hinwegzeichnen. Ich darf auch nicht links von der Y-Achse zeichnen, das ist auch wichtig, denn das würde keinen Sinn machen. Wir können ja keine negativen X produzieren, also keine negativen Produktionsmengen hier realisieren. Insofern immer schön zwischen Y-Achse und Kapazitätsgrenze bleiben, da machst du nichts falsch. Hier Fixkosten ist hier angezeichnet, das heißt also da, wo der Y-Achsenabschnitt der roten Kostenfunktion ist, da sind meine Fixkosten, da starte ich quasi. Da sieht man ja hier auch, dass der kleinstmögliche Y-Wert ist 650. Und das entspricht ja eben genau hier diesem Y-Achsenabschnitt von deinen Kosten. Jo, ansonsten alles drin. Flächen eingezeichnet, Verlust, Gewinn, Beschriftung, markante Punkte, Break-Even-Point, Gewinnschwelle und so weiter.